Hallo und herzlich Willkommen am Schlösslihof in Harz, am wunderschönen Bodensee. Mein Name ist Schlösser Stefan und ich bewirtschafte zusammen mit meiner Familie, meinen Eltern und meinen Mitarbeitern einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Schwerpunkt Direktvermarktung. Vor ca. 10 Jahren habe ich mir überlegt, wie wir unsere Produkte außerhalb unserer Hofladen und Öffnungszeiten verkaufen können, mit den Anforderungen rund um die Uhr verfügbar, einfach in der Handhabung, hohe Produktsicherheit und Kühlung. Für mich war da ziemlich schnell klar, in welche Richtung es geht, und zwar Verkaufsautomaten, da ich technisch auch sehr versiert bin und ich mit der Firma Bischofautomaten in Hohenems den richtigen Partner dafür gefunden habe. Weil sie erstens bei mir in der Neue sind, zweitens genau das Produkt haben, was ich brauche, drittens einen super Service anbieten und viertens einfach innovativ sind und sich immer etwas Neues einfallen lassen. Mittlerweile sind die Automaten eigentlich unsere Haupteinnahmequelle am Betrieb. Wir verkaufen alles über den Automaten, angefangen von A wie Eier bis Z wie Ziegenkäse, ob gekühlt, ungekühlt oder tiefgefroren, bei uns findet alles am Platz im Automat. dielightly seid bis zu! Und Bis zum nächsten Mal.